Markiert mal die Panzer auf dem Boden, dann schieß ich die ab, Mann. Markiert mal die Panzer auf dem Boden, dann schieß ich die ab, Mann. Und Heli, abgeschossen. Ja, ist doch schön. Links kommen ganz viele Gegner. Ja, super. Krieg ich direkt aus dem Haul. Wenn sie die Panzer markieren. Aha, Mendo, Mendo, Mendo. Ah, dann beuge ich mich auch mal. Durch das mittlere Haus auch. Sind da keine Panzer? Ich stehe jetzt an dieser Mauer. Ja. Oh, fuck, ich bin abgesnipert. Oh, und cool. Du wirst abgesnipert? Von wo denn? Weil ich bin nämlich Sniper. Kann vielleicht ein bisschen gucken. Aber die sind da auf jeden Fall schon mal im Haus drin. Bei B. Das ist eher doof. Ja, von hinten, glaube ich. Okay, ich wusste von wo du abgesternet worden bist. Von wo? Das war in der Mitte, ja, das kann man schlecht erklären. Mitte Haus Stein. Mit der M417 oder sowas. Auf jeden Fall ziemlich... Nubidubidubi. Nein. Häusel, ich gehe einfach raus. So, einfach so ein weiterhinsches Fenster. Ich kam nicht aus der Tür raus. Äh, aus dem Fenster raus. Und da habe ich mir gedacht, dann machst du halt einen. Jetzt habe ich Nose und Augen verloren. Oh, äh, vor mich steht einfach so ein M-Track von meinen Gegnern. Ich habe mich ja einer revivet. Also rechts sind Gegner, ne? Also rechts an diesem Haus da. Und der M-Track kommt, glaube ich, zu euch. Der M-Track kommt zu uns? Wo sind wir denn? Also... Ja, genau, rechts von dem Haus, da, wo du bist, Sebi. Der M-Track. Da kommt der M-Track rechts von meinem Haus. Tatsache, da ist der M-Track, oh mein Gott. Nein, ich bin runtergefallen. Dammit. Ich bin halt getroffen, aber man braucht auch mit der Devlin, glaube ich. 4-Hits oder so. Ja, das kann gut sein. So ein... Ich kriege sofort wieder aus dem Moll vom Heli. Ja, ich... Ich brauche Munition, Justus. Ja. Warte. Oh, die haben scharf gemacht. Ich versuche mal zu defusen. Ja, warte. Ich habe noch 10 AP. Oh mein Gott. Oh mein Gott, schon wieder nach. Und da haben sie auch scharf gemacht. Oh mein Gott, schon wieder daneben. Ich versuche mal lieber A zu defusen. Jetzt aber, Freundchen. Warte mal ruhig, entspannt euch mal dann. Alter. Ich habe mal kurz A defusen, wenn es keinen ärgert, ne? Nee, aber ich habe hier Munition. Ja, ich gehe mal mit Munition. Das ärgert mich, nicht, keine Sorge. Wow, da kommt... Oh mein Gott. Ich werde so richtig beschossen. Alter, war weiter. Der ist Gegner auf der Treppe. Ihr ist auf der Treppe. Ja, ich weiß nicht, ob der da immer noch ist. Und links im Haus da. Ja, ich glaube, dass es penetriert. Das ist gar nicht so. Oben auf dem Dach ist auch einer. Down. Der ist down. Nee, da ist immer noch einer. Da ist immer noch einer auf dem Dach. Ja. Ja, habe ich. Kriege ich Niederhaltung. Der M-Track. Einer ist auch auf dem Boot irgendwo. Da hinten. Hinterm Haus. Und einer ist im Haus. Unten, an der Treppe. Mit der M16. Kann ich mal den M-Track kaputt machen von denen? Ja, ich bin gerade mit dem Jet markiert, den M-Track ich hole. Mit dem Jet? Ja, ich habe einen Raketenwerfer im Jet. Oh mein Gott. Mach den mal kaputt. Helfe bei der Fahrzeugsteiger. Ja, der markiert ihn, ich sehe ihn nicht. Die haben eine Soulflame übrigens. Wo unten, die kommen alle, wow, die kommen alle auf dieses Haus da, wo das... Habt ihr mich gehört? Aus diesem Plastikhaus da, aus diesem Wellblechhaus. Aus diesem Plastikhaus? 3, 4, 5, gehen heute. Ach, ach, das Wellblechhaus. Ja, ist auch Plastikwellblech. Ja, ja. Weißt du, was ich meine? Irgendwas haben wir mit dem Schaft gemacht, kann das sein? Ach, die haben Dinger schon eingenommen. Okay, die sind hinter mir, hinter mir, hinter mir, hinter mir, hinter mir, hinter mir. Ja, 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 ja. Der ist ja immer noch. Der chillt da. Ja, 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 ja. Der chillt da. Ja, sicher. Der Hölscher, der scharf gemacht hat. Hat einfach nicht scharf gemacht. So, halt was, eigentlich passt die. Und wer hat nicht scharf gemacht? Ach, der Typ da? Ja, der stand ja die ganze Zeit neben dem Enkom, hat nicht scharf gemacht. Ach, der? Ach, der? Ja, dann müssen wir mal... Na, jetzt haben sie scharf gemacht. Hab ja auch schon dumm gefehlt, wenn das nicht gemacht. Ja, Alter, wie sie einfach alles... Oh, ja. Das hab ich nicht gesehen. Na, irgendwie ist diese Runde eher so geht so mäßig. Cool. Ist irgendwo noch ein Jet oben? Äh, keine Ahnung. Okay, da ist Emkom. Letztes Emkom. Alter, ich kassiere nur, ich spawne, ich spawne, ich spawne und ich gehe direkt einen Jumpshot. Das ist kein Witz. Deswegen, ich hab jetzt wirklich fünf Deaths ineinander. Das ist auch kein Witz, dass ich keinen Panzer sehe. Oh, das ist auch kein Witz, dass ich gerade... Ich spiele jetzt M1603. ...zimlich faile. Zimlich faile sogar. Macht keinen Spaß mehr, ich spiele jetzt M1603. Fäch gehabt. M1603 ist ja auch nicht irgendwie eine absolute Noobwaffe oder so. Ja, weißt du, wenn ich mit der SG-453 nur kassiere nach und spawne und ohne Spaß nach und spawne, da hab ich da keinen Bock mehr drauf. Ja, aber jetzt mach doch nicht so die M1603 runter, dass da eine Noobwaffe wäre oder so. Nicht so, da. Nö, eigentlich nicht. Ich hab nur die beste Waffe im Spiel und dann trachst du eigentlich da Noobwass mit. Ja, okay, das stimmt, natürlich. Und die UMP hat kein großes Magazin. Ja, die UMP hat kein großes Magazin und macht nicht viel Schaden. Also die geben einfach von überall. Was ist denn, die UMP hat kein großes Magazin? Da sitzen alle da bei diesen... Bei diesen... Bei diesen... Bei diesen Docks, wisst du, diese großen... Ja, 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 ja. Da sitzen richtig viele. Ja, da bin ich gerade gestorben. Und ich bin jetzt drauf. Oh, ich bin auf dem Dach. Cool. Oh nein. Oh, verdammt. Ich wollte bei Alex fahren. Ich hab einen Teamkill gemacht. Uncool. Hey, lol. Wir haben einen Teambeschuss an. Okay, das ist ein Sniper. Oh, uncool. Teambeschuss wird nicht toleriert. Ich habe gerade auszusehen, mit einem Jet jemanden aus unserem Team getötet. Oh, Mann. Oh, Gott. Ich war's. Wieso treffe ich den nicht? Alter, stirbt doch endlich. Oh, Gott. Oh, Sniper. Ja, das ist wunderschön. Boah, ich renne jetzt einfach hin. Die können ja wohl nicht so schwer zu killen sein. Boah, ich hab einfach einen 20-Meter-Jump überlebt, indem ich in eine Mülltonne gejumpt bin. Und über diese flache Kante gejumpt bin. Ja. Deswegen wurde ich nicht gestorben. Das ist doch cool. Oh, der Heli. Oh, nein. Verwischt man. Ja, und dann sie... Dann revived die... Schön. Und sie. Oh, schön. Dankeschön. Ah, nicht schön. Ah, ich bin kein Ding mehr. Mach den Panzer kaputt. Mach den Panzer kaputt. Mach irgendwie den Panzer kaputt. Markieren und ich holen. Ah, er ist markiert. Warte, ich mach einen Anflug, dann ist er weg. War zurück zerstört. Hinten kommt einer. Schon. War nicht der Panzer. Ein Sniper ist hinten schon an unserem Sporn. Ach, Mann. Wir laufen auf falscher Sattel an. So gemacht. Kompetentigkeit. Ja, verdammt. Warte, ich rive dich. Ich rive dich. Bleib der, bleib der, bleib der. Ist noch Gegner? Ist noch Gegner? Ja, die kommen langsam alle über die Mauer drüber. Wieso geht der Defi nicht? Oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott. Danke, Alex. Bitte. Jetzt bin ich schon wieder gestorben. Und die haben B scharf gemacht. Doppelt umgekehrt. Ich habe einen Triple-Clip mit der Wacknung gemacht. Er war echt wie warftig. Das könnte ich... Oh, Gott, die kommen, die kommen, die kommen, die kommen. Ah, jetzt bin ich tot. Boah, das war ein nice Action. Ich auch. Ja, das war wirklich schön. Aber gegen drei oder vier oder fünf, das haben wir keine Chance, ja? Ja, irgendwie nicht. So wenig FPS, das dann auch wieder. Boah, ich bin so müde, Alter, leg mich auf den Arsch. Voll schön. Wir haben es noch gar nicht so spät, oder? Wie fluchten wir es überhaupt? Halb zwei. Halb zwei erst. Na ja. Was heißt es erst? Ja, stimmt. Ist eigentlich doch ein bisschen später. So, Freunde der Nacht, wo seid ihr? Ich bin gerade ein Heli abgeschossen. Ich meinte eigentlich die Gegner, aber okay. Quatsch, ich zerstörte, ich kriege die ganze Zeit Punkte, aber keine Cale. Das ist okay. Nein, nicht sterben. Einer ist auf dem Dach. Glaube ich. Ja, einer ist auf dem Dach. Haltet euch dran. Admin is watching you. Tja. Wo ist denn die M40A5? Da ist die M40A5. Perfekt, hat er nur markiert. Es gibt jetzt Einzelschuss-Action da hinten. Okay, nein, es gibt keinen Einzelschuss-Action. Ja, da sitzt einer auf dem Dach. Das ist ein bisschen fies. Ach, der ist einfach ohne da. Der ist auf dem Spawn, zwei da. Zwei auf dem Dach, jetzt, ja. Unser Spawnback wenigstens noch, oder? Ich weiß es nicht. Nee, ist nicht mehr da. Ja, ne. Ja. Die Fuse, die Fuse, die Fuse. M-Track, lol. Der M-Track schießt einfach von da, da rein. Der M-Track schießt einfach über den M-Track. Wo steht denn der M-Track? Warte, ich glaube, das bist du. Hm, aber das... Ich bin... ...wertend und hab schon wieder einen... Oh, vielen Dank. Ja. Einer ist gestorben hier, ne? Ich weiß nicht, wann der kommt. Ja, ich hab wieder nicht gebacken, mit meinem Pflaster auf Einzel... ...auf Vollautomatik zu schalten, ey. Weil ich vorhin nicht getroffen habe. Ja. Irgendwo ein Panzer, oder? Das ist mal ganz ehrlich. Die haben nur noch 26 Tickets. Das könnten wir eventuell sogar schaffen. Oh mein Gott. Alter Verwalter. Überall Tote. Ich bin tot. Oh ja. Das ist ein Panzer, war ich. Und ne Viper. Die ist gar nicht nett gerade. Ja, ich hatte wollte, die ist gerade wieder benehmen. Ich bin immer noch im Jet. Ja, Justus, da machen wir was. Kümmer dich mal bitte um die Viper. Ja, ich seh den... Die ist gerade bei uns hinten am Spot. Ja, und der M-Track vor allem. M-Track ist eigentlich noch mehr. Du bist gerade unter der Viper, unter der Viper hindurchgeflogen. Ich weiß. Ja, ha. Schießen bitte. Die ist echt fies, die Viper. Ja, ich weiß das. Ich fliege auch, Jet. Ist schöner. Mach doch mal Crew, dann seh ich direkt bei nem Anflug... ...wo das Ding ist. Hier sind so viele Gegner. Ja. Die Viper ist... ...meine Nase juckt. Ja, wo ist er? Ich muss jetzt sinnlos draufspielen bringen. Ich lebe einfach nur wieder. Deswegen habe ich mehr Punkte als ihr. Sieben, guck mal, was zinkelt mehr. Oh, what the fuck. Oh, nice. Ja, ist doch cool. Das Problem ist, dass... ...bei eben anflug ich die Wahlfahre nur ganz, ganz kurz sehe. Du, du... Die haben beide scharf gemacht. Diffuse doch mal bitte. Nein, 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 bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Alter. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Alter, ihr habt den Amtrak im Haus, Mann. Ah, schade. Ist einfach so ein Gemetzel, weil Justus hätte halt einfach mal was down machen müssen. Ja, ich habe ihre Mängels down gemacht. Ohne Spaß, wenn man schon Jet fliegt in so einer Situation. Soll bitte an einem Jet fliegen, der bitte entweder was trifft. Ich hatte... Ich hatte einen Amtrak hat sich nicht bewegt. Das ist 10 Minuten lang. Ja, aber der war im Haus, Mann. Ja, der hätte mal jeder Noob hätten halt treffen können. Jetzt krieg Justus hier alles ab. Das ist ja lustig. Ja, Alter, der sitzt im Haus, Mann. Ja, und Raketen, der verballert ist aus dem Haus kaputt. Und du chillst, Alter, er war Master Runflieger. Alter. Ja, mein Gott. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich glaube, du hörst die Jetstufe. Ja, toll, was geschieht. Ich leg mich jetzt erstmal pennen. Gute Nacht euch noch. Ja, bis dann. Ciao. Ciao. Ja, bis dann.